Welchen Zürcher Hotspot darf Turi nicht verpassen? Die verrate ich nicht. Ich zeige immer meinen Gästen die Stadt, wie ich sie erlebe. Und alles andere können sie gut nachgooglen. Würden sie es mir off-kamera sagen? Ja. Schlell abstellen. Ja, die Altstadt und allgemein der See rundherum, auch auf den Ötliberg und alles. Das ist so das must sein von Zürich. Die Ötliberg im Kreis 8. Ja, voll. In Zürich Zoo. What? In Zürich Zoo? Ja, ich liebe den Zoo. Ich glaube, jeder, der uns besucht, ist sicher im Zürich Zoo. Dann laufen wir auch schon den Limmat entlang. Lindenplatz gehen wir ganz sicher. Noch mal shoppen, Bahnhofstrasse gehört dazu. Ja, und wir gehen noch beim Bürgerplatz aufs Schiff. Brünschen. Wir haben viel Besuch vom Ausland. Ja, ich merke es. Und ich habe auch das Gefühl, du hast doch voll den genaue Ablauf, den du die Leute herbringst. Hey, dann ganz viel Spass, ganz viel Erfolg. Und danke vielmals fürs Mitmachen, liebe Sarah. Und wir sind Etlisch, wir haben zu viele Hundeaccessoires. Deshalb, wenn jemand einen Hund hat, können sie ihn besuchen kommen. Sehr gut. Und wenn ihr mit eurem Hund eine Wohnung sucht, new home is the place to be. Welches ist dein Geheimtipp? Schreib es in den Kommentar. Palaz für dich.